Yo Leute, wie geht's euch? Oh, das geht direkt los, Leute, das geht direkt los! Es geht direkt los, wir machen wieder wie gestern so ein... Nein. Oh, schief. Was macht man? Oha, Lederschuhe. Ist der verrückt? Das ist so verrückt! Und er macht sich halt direkt aus dem Stau. Hehehe, ich lass jetzt Trois 263 mit dem Wächter kämpfen. Mit dem Warden. Ich hab noch 18 und wir machen am Ende noch ein Battle. Das ist ein Randomizer. Ey! Ey! Hilfe! Oha! Schmiedevorlage! Damit kann ich hier nix anfangen. Was war das? Ey! Trois 263 und... der Eisbär verfolgen mich, ne? Entkommen! Entkommen! Warden! 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 Alarm! Warden! Oh! Weser! Ich bin schon richtig gut ausgerüstet! Ich hab noch ne Eisengroße! Ich hab noch ne Eisengroße! Was ist denn alles? Hi! Was geht? Was geht? Also der oben ist gerade da hinten. Ignorier den Typen da! Der kommt! 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 Das ist eine ander... Und der kommt! Oh nein, da ist der X-Rekorder drüber. Hasen, rennt, rennt lieber um euer Leben, ich mache es auch schon. Shellboot verlassen. Weg! Gold, okay. Puffy? Greif ihn an Puffy. Ey Puffy! 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 Es mir! Ich mache es schnell. Ey Puffy erledigt. Puffy! Puffy! Du warte! Randomizer eskaliert? Shit! Shit! Oha! Okay. Egal. Ey, geil. Will ich zwei Bruchsteine? Nee, drei. Ey, perfekt. Oder? Machen wir hier eine Spitzhacke. Dann, bevor er abhaut. Ey. Nein, ne? Ja. So ist gut. Jetzt brauche ich mal ein Bild. Zwölf Händler, okay. Elf. Ich bestimme elf. Oh. Hallo. Ey, die kann ich im Kampfbett machen. Vielleicht ist er an der Verwurz. Vielleicht ist er. Alter, Junge. Was war das denn? Ey. Ich lauf jetzt zu 3-2-6-Trainern. Ey, da ist er ja. Attacke. Abhauen. Ey. Ey, du musst mich nicht im Bett hückeln. Ey, du musst mich nicht im Bett hückeln. Was ist denn? Ich weiß nicht, warum ich so lange nicht lossehe. Ich muss so lange die Wurden sehen. Ich habe die Wurden. Ich habe die Wurden. Nein, ich rieche, ich rieche, I don't not riechen. Ich wollte weg an. Haha. Ja, jetzt muss er gegen einen Warden kämpfen. Ey. Der ist hier. Hehe. Sein Pech. Ey, nein, er darf mich nicht sehen. Die spawnen, glaube ich. Ist das eins? Das sieht nicht so aus. Könnte eins sein, aber... Das war so ein Scam-Felsen. Goldene Karotten. Es läuft bis jetzt gut. Aber bei ihm läuft es auch gut. Das ist das Problem. Ich kann mir... Oh, ich kann mir doch was craften. Hehe. Craften. So, Bumi, Junge. Craft mir ein... Holzschwert. Das ist das Beste momentan. Geh, sag mir, wir sind krass. Wir sind richtig krass. Toys 263 wird nicht mehr... anlehnt. Gegen uns schaffen. Wir sind richtig krass. So. Ach ja? Ey, was geht, Puffy? Was geht, Puffy? Puffy? Puffy, 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 Puffy. Oh, 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 oh... Wo, wo, wo! Die Eislohe! Weg. Weg. Ich muss dich retten. Komm, Bro. Bro. Helf mir. Helf mir. Ich brauche Hilfe. Hallo. Heu! Renn doch nicht weg, Michael! Die Lohe, die Lohe! Begitos! ich werde es zerstören dieser kleine angsthase ich werde es zerstören ich werde es zerstören ich werde es zerstören er wurde von einem ohrenbetäubenden kreischen auf der flucht vor wächter vernichtet der flucht Digga. Da hinten. Nein, da hin. Vielleicht hat der hier ja was reingetan. Nein, hat der nicht. Hey, ein Pufferfisch? Naja, damit kann man wohl wenig anfangen, ne? Ich verkasse den. Ah! 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 ist jetzt kurz anfänger fehlern oder 17 wurde von 263 erschlagen 1 1 steht es wenn er sich mit seinen eigenen waffen besiegt dann ist es der dummste ich habe es nicht ich habe es nicht Wo ist der hin? Oh, hier ist das Bett, der jetzt verliert. Da ist der Typ. Der hat ja dann jetzt weg. Nein, er führt 2-1. Ich muss ein Schlimm zerstören. 2-2 und wir haben noch ein Toten. Das sieht gut aus. Das ist extrem gut, meine Leute. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh. Ja, okay, diesmal haben wir mit ihm gewonnen. Und das war's mit dem Video. Tschau, tschau. Ja, gewonnen. Sieg.